... kurz. Lass mal kurz meine Schaufel hier liegen. Treibstoff oder? Da rein? Ja. Ah, jetzt wird mir warm. Jetzt kreuz irgendwie so einen langen Stock, glaube ich, gell? Um das Fleisch schon reinzuhalten. Jetzt gibt mal so einen scheiß Fisch her oder irgendwas. Ich meine, ich leg das jetzt zur Schaufel dazu. Hier ist ein scheiß Fisch hingelegt. Hühnersteak. Ich hab noch nicht geangelt. Alter, mega. Da ist hier kein Busch oder was? Hebt ihr das jetzt ins Feuer? Ptschi. Ich hab sie drauf gehen lassen. Dann auch wieder kurzer Stock. Bin ich verarschen. Du musst diese Schwulen ähm... ...gebacken. Etwa 100 Grad. Muss ich das jetzt abkühlen lassen? Wärmt mich das? Ja, das wärmt dich, wenn du eine Tasche drin hast. Warte. 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 So, und jetzt? Wie lange hält sich so ein Fleisch, so ein gebackenes? Keine Ahnung. Alter. Ist doch richtig geil. Okay. Musst du es gedrückt halten, oder? Ja, musst du gedrückt halten, bis der... ähm, unten läuft dann so ein Ladebalken hoch. Ja, man... Alter, mega nice. Ist eigentlich voll Bock auf so ein Steak am Dingern zu machen, zu grillen. Am Stock, Alter. Okay, jetzt bräuch ich eigentlich nur noch was zu essen. Ich kann ein bisschen für meine Notballmarmelade geben. Kann... Jetzt bräuchte man noch einen Topf. Kann ich den Ding? Ha! Alter. Alter, ich muss näher hin, oder du hast... Etwa 70 Grad gebacken. War schon aber weit weg. Meins war 100 Grad. Bei Hühnchen musst du aufpassen. Brauche ich noch was zu trinken? Das am Brunnen kann man trinken. Das heißt, man kann sich das auch eine Wasserflasche erfüllen und später trinken. Brauchst du deine Machete wieder? Ja. Ja. Ich leg sie dir ins Feuer, hol sie dir raus. Nein. Hier liegt sie, unter mir. Craft Flag Kit. Wo liegt sie? Oder... Also hast du deinen improvisierten Angelköder hergestellt? Ich hab keinen Wurm. Hast du den Wurm hier gedroppt? Da liegt doch alles. Knochen... Ja. Kombinieren. Okay. Jetzt geht's ab hier, oder was? Oh, jetzt hast du meinen fertigen Angelhaken. Okay. Ja, da lag er doch. Da liegt einfach so ein Wurm ganz alleine. Guck mal den an. Das war jetzt gar nicht zu kombinieren. Ja, das war eigentlich richtig. Oh, leider. Ja, ich war richtig und trompel, alter. Okay. Der lag da rum, alter. Da hab ich gedacht, okay, ich nehm den... Den Fisch, den Haken mit Wurm. Wer ist der, Alter? Warte, er muss doch mal neben mir. Du musst halt Abstand halten. Kommt da mal ein Fisch raus, oder? Ich habe einen. Einen Karpfen. Hohe und nass. Du bist einfach drauf geblieben, oder? Ja. Alter, bei mir war bestimmt so ein Ninja-Fisch dran, der den Regenwurm weggegessen hat und dann wieder gegangen ist. Alter, jetzt sehe ich dich da drüben mit so einem Fisch in der Hand. Alter, jetzt habe ich nicht genug Platz gerade, ich muss jetzt mal ein bisschen Platz schaffen, Alter. Alter, ich glaube, ich bin dann am scheiß Ort, aber ich habe meinen Fisch weggenommen, Alter. hier. Hier muss ich meinen scheiß Haken jetzt hin. Dann hat der Fisch hoffentlich gegessen. Alter, vielleicht hat er den Gartner in der Hand. Jetzt habe ich auch einen Fisch. Oder? Ne, ich habe Gummistiefel raus. Nice. Wo ist dein Haken? Ah, shit. Ah, okay. Meine Schnochen haben meine Angel nämlich dran. Da greife ich noch mal einen Regenwurm aus. Ja, Knochenhaken, ja, ich brauche auch einen Wurm. Ich habe einen scheiß Gummistiefel rausgeholt. Das ist komisch. Ah, guck mal, hier ist ein Wurm. Ich habe einen gefunden. Ah, da liegt einer. Hast du ihn? Gib ihn her. Gale. Lässt mich die ganze Zeit verbunden, Alter. Wieso alles klar wird? Alter, mein Knochenhaken ist beschädigt. Wollte ich mich jetzt komplett verarschen. Was baust du mir von Fusch? Gut beschädigt, aber kann man trotzdem noch verwenden, oder? Da gibt kein Wurm mehr drauf. Ob nicht. Man ist auch beschädigt und jetzt, wo ist mein Wurm? Improvisierte Angelköter herstellen. Okay, bei mir hat es funktioniert. Schon rausgezogen. Ja. So. Kombinieren. Alter, wo ist die ganze Zeit neben mir? Alter, Gummistiefel. Nice. Ja, die ist ein guter Fang, gell? Alter. Wurm, geh jetzt da hin und mach deinen verdammten Job. Alter, wieder ein Karpfen. Alter, was? Alter, jetzt bist du da drüben und kriegst Karpfen, Alter. Alter, ich hab voll scheiß Gummistiefel rausgeholt. Hör mal die mit Haarspoll. Alter, ich hab nen Karpfen. Okay. Hör mal den Karpfen mit der Säge ausnehmen. Entschuldigung, ich muss das erstmal ausnehmen. Alter, ich kann ausnehmen und zubereiten mit der Säge. Das ist ne spezielle Fischsäge. Bestimmt hast du anders so nen Kopf üblich. Ja, Mann, alles voll kaputt. So, ich hab... Ja, Karpfenfilet. Übel. Ah, die sind ja riesig. Alter. Guck, mein Inventage voll. Vielleicht musst du den Gaskocher hier lassen. Wie viel Platz hast du noch? Ich hab schon noch ein bisschen Platz. Ich hab auch noch Feuerholz dabei und shit. Ah, dann kack auf das Feuerholz, Alter. Dann nimm lieber die scheiß naisen Karpfen mit, Alter. Ja, den hab ich auch mit. Ah, ich hab Platz. Ich hab halt einen kleinen Rucksack. Soll ich deinen auch noch mitnehmen? Ja. Dann kommen gleich nochmal zwei Burschen. Alter. Schon richtig Gas gegeben. Alles, probieren wir's aus. Ah, meine Machete ist beschädigt. Jetzt nehm ich die in die Hand und meinen Schleifstein dazu. Schärfen. Alter. Tu jetzt meine Machete schärfen. Ja, Mann. Übel. So, jetzt könntest du schon mal meine zwei Fischchen wieder trocken. Was? Welche zwei Fischchen? Ja, Mann. Zwei Fischchen. Jetzt brauch ich wieder nen langen Stock. Hinten liegt einer. Geradeaus, ja. In die Hand. In die Hand. In die Hand. Alter, bin ich auch krank. Nice. Da lacht er nur. Da lacht er nur. Da lacht er nur. Ja, Alter. Das ist richtig appetitlich, wie die auf den Fisch huschtet. Wahrscheinlich huscht ich auch gleich auf meinen Fisch drauf. Alter, mein Leben ist wieder voll. Da. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.